Das ist rukrainisch Jorabel. Das ist eine Art, also das ist eine Reihe. Das ist eine Graue Reihe. Graue Reihe. Ja. So ein großes Huhn. Großes Huhn, ja genau. Ja, es ist eine Reiheart. Die sind auch toll, aber ich glaube das war anders. In der Stadt auch zwei Feine. Du hast es schon gesehen. Ich weiß nicht, ich habe nur einen Storch gesehen. Ja, der Storch war auch cool. Ja, nicht. Aber ein Storch gehört in dieses Land. Wo haben wir so viele Störche gesehen? Ah, in den Masuren. Überall. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.